Ich bin die Vicky. Und ich bin die Steffi. Also wir sind Teil 1808. Wir sind ein Female DJ-Duo. Wir legen die meiste Zeit Hip-Hop auf und haben auch ein Old Female Hip-Hop-Set. Das ist uns sehr wichtig. Im Sommer angefangen waren wir das erste Mal auf einem Konzert, also auf einem Festival, auf einem Splash. Das war unser erster Auftritt, den wir überhaupt bei so großen Mengen gespielt haben. Wir persönlich hatten jetzt in dem Ganzen überhaupt keine Probleme, als Frauen aufzulegen. Also es ist noch nie irgendwas passiert, dass wir uns jetzt irgendwie benachteiligt oder irgendwie diskriminiert gefühlt haben. Also die Community, gerade in dem Bereich, ist super offen und akzeptiert es halt einfach. Genau, wir haben einen Podcast bzw. ein Interview gemacht mit Chastination. Das war super cool, weil das war in Niederösterreich auf einem Bauernhof. Was macht der Landwirt im sonnigen Kärnten? Kärnten? Und wir sind da rausgefahren und super coole Location. Es war ein super cooler Sonntag. Kurz davor die ersten zehn Minuten einfach so nervös und keine Ahnung, mit der Zeit wird es dann eh immer routinierter. Für uns ist Fashion und Musik eben, es geht Hand in Hand. Also für uns ist es einem sehr wichtig, wie wir es präsentieren, was wir anziehen. Also super lustige Story. Also wir heißen ja Teil 1808. Warum Stefanie? Genau, alles hat angefangen im Schweden-Espresso. Das ist ein Lokal am Schwedenplatz, wo wir in die Vicky immer mal wieder hingehen. Und da gibt es halt eine Tubebox. Und seit Anbeginn der Zeit, sobald wir dieses Lokal betreten, das Erste, was wir machen, ist eigentlich 1808 in diese Tubebox einzugeben, weil das halt Cicci D'Agostino La Pression ist. Wir haben bei der Zwei-Jahres-Ware von der Edoid Factory ein kurzes Set gespielt, das mega Spaß macht. Ja, voll. Es gibt eigentlich gar keine Tipps, da uns war es ähnlich. Also, kleines kalte Wasser. Meines kalte Wasser und ja, schön schön. Bis zum nächsten Mal.